Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Vectic. Heute zocken wir die Custom-Zombie-Map-Zombie-Blut und mit dabei ist ZHC-Zombie, Barock-Zombie und der Reaper-Zombie. Guten Tag. Hallo. 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 Jan wollte gucken, ob Barock-Zombie hier als letztes redet. Als letzter redet, ja. Wollte jetzt nicht die Aufnahme in die Länge ziehen. Nein. Die Map ist von X-Jimmy33, unser deutscher Mapper, 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 von dem Mapper, Alter. Ja, X-Jimmy33, der macht richtig geile Karten. Von ihm stammen auch die Karten Folter und Schmerz. Und ja, jetzt seine dritte Map, Zombie-Blut. Ich freu mich drauf, Jungs. Hab ich gelaunt? Start. Start. Start, Start, Start. Die Bilder sahen so episch aus, Jungs. Alter, jetzt kann man die Namen lesen. Oh ja. Ah, die Striftart hat er mit Absicht so gemacht, ne? Nice. Ja, ich denke. Ohohoho. Ich freu mich auf diese Map, die Bilder sahen so episch aus, so vielversprechend. Uuuuh. So, bin ich mal gespannt. Jungs, ihr habt schon ein bisschen was über die Map gelesen, ne? Nö. Nö, gar nix. Doch, habt ihr ja bitte. Nein, nein, nein. Was habt ihr denn gelesen? 3000 Punkte haben wir gleich. 3000 Punkte am Anfang. Was war mit Endgame? Oha. Oha, Alter. Was gehen jetzt ab? Feinste Evil Teddys? Oh, die Grafik. Die Grafik. Wie er übertreibt, Alter. Ich hol mir mal Chuggler. Feinste Teddy. Wir müssen den Teddy finden. Oh, die Grafik, Alter. Oh, Gott. Ich hab mir mal Chuggler geholt. Den Teddy. Na, Dennis, hörst du auf mit Mappen, ne? Ey, ist das die Mauser? Dennis? Wie bitte? Hörst du auf mit Mappen, ne? Na, da kommt's. Ich habe dir so was ankommen, Alter. Ey, Jungs, guck mal. Oh, Gott. Ich hab mir zu Gefühl 있게ät, ich hab den Teddy. Eck Bar거롭ete sich Glaser mit der Waffe. O oo o e o o Is ça queim utser? Jimmy, Alter. Ich auch nicht, Alter. Hitler, Hitler, Hitler. Hitler, 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 Hitler. Jimmy, Alter. O...? Alter, wie die ganz nachfliegt. Echt übel. Mein Respekt, Alter. Alter. Kommt euch den Drop an. Jimmy, du hast mein Respekt. Oh, Max Ammo, Alter. Ich weiß zwar nicht, wie das geht mit Meppen und so, ne, aber... Warte, kannst du dir keinen Chugger gekauft? Oha, Alter. Dennis, von denen kannst du was lernen, Alter. Im Anfangsraum war Chugger. Oh ja, ich schreib ihn direkt. Lava nicht. Oha, Alter. Weiß ich, ich hab keinen Chugger, Junge. Hä, wo war Chugger? Am Anfangsraum? Ja. Die hattest du auch nicht, Kevin? Nein. Oh, Mann. Dabei, weil ich euch gefolgt bin. Ich hab ihn doch gekauft. Ja, wir müssen Teddys finden. Oh, nein, Alter, weil ich euch gefolgt bin. Ich kriege Kett. Marker, hör ich auf hier vor ein paar. Ich auch. Ja. Dafür hab ich ne Browning. Wie nice das aussieht, Alter. Oh, Alter. Das anhört. Chugger war im Anfangsraum, war? Ja. Ja, da müssen wir wieder hin, Barock. Ja, wir wieder. Wir haben geschlafen, Alter. Nö, nicht geschlafen, einfach. Ich war so fasziniert. Und die Jungs wollten ja direkt ihr Endgame kaufen. Laufen ja so losig, wahnsinnig, leider. Ich hab hier mal aufgekauft, Jungs. Wie diese Map aussieht, ne? Das ist der Wahnsinn. Ja gut, ich hör eure Hinweise. Noch größere Patronen kann man nicht bauen, oder was soll das sein? Was denn, wo bist du denn? Hier, hinten. Also, Teddys, ihr habt schon welche angeschossen, ne? Ja. Ne, nicht angeschossen. F gedrückt. Ach so. Habt ihr gemacht? Ja. Am Anfang. Gut. Episch. 2000 die nächste. Ich hab ihm versprochen, dass ich ihm schreibe, wenn wir zocken. Hast du schon geschrieben? Ich hab ihn jetzt gerade geschrieben. 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 Er ist kalt, Alter. Boah, ich bin da. Leute! Nein, nein, nein! Oha, wie viel mehr Haushalt mit Chugga. Es ist auf jeden Fall fix. Okay. Alter! Die Perks! Äh, die Dings, die Drops! Habt ihr den schon mal gesehen? Ja, hab ich gesehen. Oh, guck mal, wie scharf, mal zwei. Ja, übertreibt, Mann. Guck mal, die Augen von den Zombies. Du siehst sie über die ganze Map, Mann. So episch das mit den Hitmarkern, ne? Das, ich denk gerade, ich zockt COD-Online-Cellbook-Zombies, Alter. Oha. Oha. Wie sieht das jetzt aus, wenn man hier schattet? Ha, cool, Alter. Alter, wenn man geschlagen wird, wie krass das aussieht. Ja. Oha. Noch nie gesehen sowas. Also... Die Schrift, Kevin. Die Schrift kam... Also, COD-Bird at War kam nicht mit der Schrift. Auf dem Hauptmenü, klar. Na, ich weiß. Deshalb sah es so komisch aus. Also, so diese Art von... Wie er mappt... Einzigartig. Oh, ja. Einfach einzigartig. Ich hab Teddy gefunden. Dummgewehr, 14. Aktiviert. Einzigartig, einfach nur einzigartig. Hab ich nicht gesehen, so. Diese Hitmarker-Box. Richtig stolz, da kann man richtig stolz sein auf unsere deutschen Mapper. Guck mal, was haben wir für Biest da in der Modding-Szene. Auf jeden Fall so ein C-Zombie. Ja, du gar nicht. Jafel, Kampfschaf, Der Wichser, X-Trimi33. Ey, hier kann man graben. Ich hab jetzt nicht gesagt Kampfschaf, Der Wichser, sondern... Nein, nein, ich weiß schon. Einer heißt Der Wichser. Jungs, wenn eure Pistole läst... Was kann man hier graben? Ja, man kann bei den Leuchten graben. Man braucht eine Schaufel. Okay, wo ist denn hier eine Schaufel, Bill? Ich will die Schaufel. Ey, was ist das? Hast du echt? Ja, im Anfangsraum war eine. Hä, wir bist da wieder hochgeportet. Nein, nicht im Anfangsraum, da muss ich spawnen. Also, wir müssen runtergesprungen sein. Glaub mal, Dennis. Nein, nein, nein. Oh, bin ich geflogen. Na, schaffst du. Einfach nur nice, Alter. Wo kann man graben, hier, ja? Ja, hier. Warte, warte, lass mich. Hier, überall, hier auch, Dennis. Hier an dem Loch. Glaube ich. Ich glaube, bei diesen ganzen Löchern hier. Ja. Mach mal. Oh, Alter, wie geil das da aussieht. Ich kann, ich bin gebraucht, Alter. Oh, können wir jetzt nicht nur buddeln? Nein, nein, nur Dennis. Sag mal, geh mal nach Dennis. Warum weißt du das? Weil ich das gerade ausprobiert habe. Achso. Okay. Okay, es geht nicht. Kann man hier auch? Ah, wo hast du die Schaufel her? Ja, ich will auch eine Schaufel. Guck mal, am Anfang, Gott. Aber es ist... Wie sah die aus? Wie von Origins? Einfach so eine Schaufel. Die liegt einfach so am Boden. Liegt auf dem Boden. Ja. Gott. Gott, 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 Gott. Wir werden wir in den Anfangsraum kommen. Ich werde mir nie wieder juggeln können. Wir werden nie wieder an der Kiste gehen können. Nein, doch, wir kommen auch noch mal hin. hier ist ein Zettel. Send. Warte. Die. Ich kann es nicht genau lesen. Die Glock. Der Neues. Keine Ahnung. Da steht noch Send. Ich will die anfangs noch nicht punchen. Deshalb kann ich die nicht abgeben. Hier liegt noch eine Schaufel. Ich will die nur mal sehen. Du kannst die gerne aufheben. Nein, du kannst die nicht mehr sehen. Ja, gönn dir. Hier liegt eine. Dann liegen die alle im Anfangsraum. Ach, so sehen die aus. Ja, komm, suchen wir jetzt. Sie liegen hier mitten im Anfangsraum. Ah, jetzt hat man auch so unseren Wohl. Hier liegt doch noch eine. Hier liegt noch eine. Hier liegen im Anfangsraum. Kannst du dir eine holen? Gerne. Ja, ja. Ich guck gerade nur ein bisschen. Oh, 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 oh. Er hat geschrieben, wenn wir nicht weiterkommen, sollen wir ihn anschreiben. Das hält schon was. Ich bin mal gespannt. Insta-Kill. Alter, wie die... Oha. Tötet ihr schnell, dass wir eins haben für die nächste Runde? Oder wenn wir einem in einem Leben noch sagen? Oh, Jungs, hier. Ich hab ein Geld drauf. Na, ne, mich so weit jetzt. Ähm... Ich war, glaube ich, schon überall. Nee. Du musst mal... Nee, wo warst du denn schon? Ach so, ja. Ich bin schon voll weit. Hey, du bist weit? Ja, ich bin schon viel weiter als hier mit Jan. Hey, wo seid ihr da? Ja, wir sind weiter durchgegangen. Wo denn? Was ich schon nicht hab. Äh, da hinten, wo du den Teddy gefunden hast, links ist ne Tür. Ach so, hab ich gar nicht gesehen, alles klar. Hier ist Dr. Nito. Aber Teddy, da kommen wir nicht hin. Ja, kommen wir nicht. Machen wir hier die Tür auf? Kommt man nicht hin? Hier ist ne Thompson. Ich brauch ne neue Waffe. Ja, was ist das? Kann man das? Ne, kann man immer noch... Oh, hier, Teddy. Teddy! Das... Das ging muckern. Durch nen Teddy. Habt ihr grad den letzten aktiviert? Rammstein wieder. Oha. Habt ihr grad den letzten aktiviert? Oha. Äh, schau dich mal eben hier. Bleib stehen, Jan, bleib stehen ganz kurz. Ja, nice. No, 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 no. Bei Rammstein, man muss ja nicht vorsichtig sein. Oh mein Gott, wie die Empfindung sich anhört. Also Teddies aktivieren, gleich Musik. Ah, ich kann gleich aufkaufen, hier, Jungs. Aber ihr mit Junk, ne, ihr müsst aufpassen. Ja, ich hab gerade keinen, zumal. Aber du hast keinen Junk, ne? Ich bin ja gestorben. Okay, nur noch den. Ich hab aufgekauft, Jungs. War zu geil, dass er so aussieht. Bruder, hast du noch nen Teddy? Hab ich gegengeschossen. Alter, Jimmy, Junge. Da muss man gegenschießen. Hab ich doch gesagt, Barock. Kannst ja die anderen Maps, kanntest du ja gar nicht, ne? Äh, ne, ich glaub nicht. Heck, man buddelt nur Geld aus, oder was? Ne, hier, guck mal, Jungs. Oh, 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 oh. Was war das denn? Alter, Vorsicht, man kann uns von nem Mies graben. Heck, warum kriegen wir das Geld nicht? Nur ich bekomm das. Von uns allen. Wie? Ich hab grad Geld ausgebotet und nix bekommen. Geld, nur du bekommst es. Ich hab nix bekommen. Ich hab nix bekommen, Digga. Vorsicht, ne? Nicht das wie ne Bombe ausgrammen, Kevin. Ja. Guck mal, jetzt ist nimmer. Äh, nee, das ist Min. Oh, ich hab Geld verloren. 500. Ich hab gar nichts gesehen. Alter, dieses Haus. Vielleicht wird's nur nicht angezeigt. Ja, mir fehlt, mir fehlt, mir fehlt, mir fehlt, mir fehlt das, das sei übel. Guck mal hier, mir wird's ne riesen Bibliothek hier gefunden. Wo denn? Ach, du, du bist hier reingerannt. Ah, ich bin hier drin. Bist du, was er geschrieben hat? Was denn? Auch den, er hat zugesagt, er entschuldigt sich für das, für das nicht der Zerrierte, weil sein Radiant nicht halt funktioniert, oder wegen sein PC. Aber ich find das übelst geil hier. Ich find das auch übelst geil, wenn du es alle so wärst. Oh, jetzt hier irgendwie noch anzugreifen. Alter. Das andere ist ja auch in Ordnung, aber, das macht die Grafik gleich tausendmal besser hier, was er gemacht hat. Ja, das sieht richtig nice aus, wirklich. Da, da nehm ich auch ein paar Grafik-Bugs in Kauf. Ja. Boah. Achso, wolltest du nen Crawler machen? Ja. Wir haben gar kein Geld. Wofür willst du Crawler machen? Äh, damit ich mir ne Wache holen kann. Da vorne, naja, da gibt's ne Dings. Ja, das schaffst du auch so, Digga. Ah, hier vorne hängt doch die MP-50, äh, 40. Kiste und Jug war oben, ne? Ja. Habt ihr den Teddy da schon angeschlossen? Hab ich schon gemacht. Das heißt, wir müssen auch Teddys auf Gegenständen suchen, Jungs. Wir müssen den bösen Teddy finden. Böck dich. Den Evil, ne? Ne, The Evil Teddys. Hey, was ist das da oben? Da hängt irgendein, keine Ahnung was in der Luft. Guck mal da. Ja, ich glaube, das war ein Fehler. Achso. Ja, genau. Ich hab mal einen Muni gebrauchen, Alter. Aber es ist verzeihbar. Ja, ja, klar. Oha, Runners? Ne, ne? Keine Runners, oder? Max, eh, Moe. Jungs? Äh, ne, also bei mir kam ich noch keine Runners. Okay. Seine Muni-Anzeige gefällt mir so heftig in Zahlen. Oh doch, jetzt hab ich hier auch Runners. Also, die von Futter. Ne, ne. Ne, 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 ne. Normaler Runners. Ja, das ist normal. Warte mal, Kevin, komm, wir gehen mal hier weiter. Naja, das stört mich so heftig. Oh, ich hab ein Schlafzimmer gefunden. Okay, leg dich hin. Ups. Ach, die. Hast du nun gemacht. Geh. Ey, was soll hier sein? Nein, nicht. Wir werden's herausfinden. Kann man da was machen? Alter, guck mal hier, diese, diese, äh, Hundemarke hier. Mit dem... Glänzter. ...dings Zeichen drauf. Hier heißen sie Treyarch oder so. Oh. Hundemarke? Ja, ja, hier an dem Gewehr. Da oben. Ja, mit dem Treyarch-Logo. Haha, hier wird's geil. Aber was ist hier denn? Hier ist gar nichts gewesen bis jetzt, oder? Hm. Willst du uns tollen, Jimmy? Wie? Das hat sich angehört. Hm. Ja, wo kann man denn weiter aufkaufen? Ja. Äh, ja, hier. Bestimmt die Treppe, ne? Oder? Ich grad versucht, ging auch nicht. Hier, oder? Ja, so ein Anschein, wenn wir nicht weiterkommen. Aber so schnell gehen wir nicht auf. Nee, nee. Komm, aber nochmals geschrieben. Hat es hier was zu bedeuten, dass man hier durchgucken kann, so halt? Oder wie das Licht hier reinleuchtet. In den Raum. Als wäre da irgendwas drin in der Mitte. Kevin. Oh, man muss hier irgendwo hochkommen. Was denn? Guck mal, kommen wir zu mir? Ach so, wir sind hier. Ja, das ist ja gewesen. Ja. Die kann man nicht aufkaufen, ne? Alter, immer wenn meine Waffe leer ist, sammelt ihr irgendwo ein. Okay, wir müssen Tätis suchen, Jungs. Also nicht mit F, sondern auch welche, die irgendwie höher sind. Ah. Na, Cola hab ich erstmal genommen. Also passt schon. Hä, dann seid ihr am Anfang gar nicht an die Kiste gegangen, ne? Nee, ich bin ein Mann. Hä, wie würdest du das gemacht haben? 3000? Ja, gar. 2000. Ach so. Ja. 2000. Ja, das ist klar. Epische Map, ey. Letzte wahrscheinlich. Müssen wir mal... Müssen wir mal ein bisschen buddeln, glaub ich noch. Buddeln oder... Vielleicht buddelt man ja auch irgendwas aus, was wir brauchen. Das kann auch sein, ne? Naja. Nicht möglich. Komm, wir jetzt mal meine Schaufel ab. Oh, oh. Ah, found 400. Jetzt hab ich's geschneit, Jungs. Steht dann immer da oben. Warst du unterwegs zum Anfangsraum, ne? Dennis? Was? Nein! Oh Gott. Jetzt gehen wir alle drauf. Ah, ne, einer ist bei mir. Oha. Oh nein. Dennis, du bist der Letzte. Nice. Mit Jack. Dennis hat mich wiederbelebt. Oh nice, Jungs, wir sind... Ja. Ich weiß nicht, wie ich's beschreiben soll. Wir sind in dem ersten Haus drin, wo wir durchgegangen sind. Ah, wir schaffen das nicht. Muss ich grad selber ein wenig durchkämpfen. Okay. Kein Ding. Hoffentlich spawnen wir im Anfangsraum. Barock. Nein, Dennis, man. Alter, gen... Ah, fuck. Das wär episch, wenn wir genau das spawnen. Oh, jetzt. Schaffst du jetzt? Ja, zu euch nicht. Ich bin zu weit weg. Oh, Dennis, da kommen noch ein paar. Schafft er. Insta-Fail. Oh, hält deine Muni auf dem Boden, ne? Ich hab keine mehr. Schon weggeballert? Ja, ich hab richtig wenig gehabt. Ich glaub, neun, zehn oder so. Okay. Na, ihr lebt ja weiter. Hoffentlich spawnen ich am Anfangsraum. Bitte lass mich am Anfangsraum spawnen. Bitte lass mich meine Schaufel noch haben. Bitte lass mich einfach...